Willkommen bei Blog Reporter, deinem Kanal für die Themen Bitcoin, Blockchain und Kryptowährten. Damit herzlich willkommen zu einer Bitcoin-Chart-Analyse. Heute werden wir klären, war das schon der Boden? Beziehungsweise warum ist Bitcoin aktuell gestoppt? Warum pumpt Bitcoin aktuell? Und wie hoch kann es gehen? Was ist das Risiko? Was ist der aktuelle Kurs? Und was steckt tatsächlich dahinter? Und damit alle Infos im Video, viel Spaß und viel Erfolg mit Kryptowährungen. Schön dich auch heute hier begrüßen zu dürfen. Wenn du das erste Mal dabei bist, dann wie immer gerne ein kostenloses Abo dalassen. Wir gehen diese Reise gemeinsam. Also alles gar kein Problem, gerade wenn du Newcoiner bist, also gerade mit Bitcoin angefangen hast, kann das echt eine harte Zeit sein. Und glaubt mir, wir haben sie irgendwie alle durch. Also wir haben das durch, beziehungsweise wir haben das hier durch, wir haben das hier durch und wir werden auch das hier irgendwie überstehen. Also gerne ein kostenloses Abo dalassen. Und wenn du gar nicht alleine sein möchtest, dann unten in der Videobeschreibung habe ich noch einen Link zu meiner Community zu dir. Und genauso wie dieser Kanal ist auch das komplett kostenlos für dich. Also, machen wir also weiter. Nachdem wir jetzt hier zweimal unsere Bare Flag hatten, gab es jetzt den Drop. Auch das ist für Abonnenten nichts Neues, wo der Kurs jetzt gestoppt ist. Und du siehst es hier beim 0,5er Fibo, beziehungsweise bei der Toleranz, die ich hier in meinem Fibo-Level mit integriert habe. Und das Ganze wird wunderbar aufgekauft. Warum wird es aufgekauft? Der Dip war natürlich einfach nur wahrscheinlich eine Spekulation, um die Leute abzugrasen, die auf weiterfallende Kurse nach dem All-Time-High gesetzt haben. Wir wissen ja, Lord-Fibo-Ansätzen vom Kleinsten zum Großen gibt weitere Aussagen und weitaus besser als hier das All-Time-High. All-Time-High ist gut für News. Bitcoin fällt unter das letzte Allzeithoch. Ja, passt. Und du siehst, das letzte All-Time-High hier in Magenta markiert ist 19.798. Hier auf der Börse Binance gewesen. Die Preise sind selbstverständlich von Börse zu Börse unterschiedlich. Oh, ich benutze heute so viele deutsche Wörter, ich bin begeistert von mir. Wenig Anglizismen. Wir machen jetzt den Wechsel direkt in den 4-Stunden-Chart. Dann siehst du tatsächlich, dass hier das All-Time-High eine kleine Rolle spielt. Und zwar möchte es gehalten werden. Das war es dann aber auch schon. Warum? Das All-Time-High liegt unter 20.000. Und wir Menschen sind einfach, wir wollen 20.000 einfach gerne sehen. So, das brauchen wir nicht, denn aktuell, so wie der Chart sich jetzt hier darstellt, ich mache es auch nochmal ganz groß für dich, gibt es für den aktuell, für den Daily erstmal nur eine Richtung, beziehungsweise für den aktuellen Kurs. Und das ist nicht ganz 20.000, was ich jetzt hier als Support markiere, was aber noch kein Support ist. Da möchte man Support werden. Aber hier muss der Daily Close drüber liegen, meiner Meinung nach, also über 20.459. So, es gibt mehrere Faktoren, die man jetzt hier ansetzen kann, wie hoch Bitcoin steigen wird. Selbstverständlich, glaube ich, brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Die letzten Highs werden der erste Stopper sein, 22.000, also knapp 23.000 können wir hier sagen, können wir uns als Faustformel merken, müssen überschritten werden. Wir legen aber auch hier nochmal für die Widerstände, also vom Großen ins Kleine, Lord Fibo mit an. Ja, können wir einfach mal so machen. Dann siehst du ein kleines anderes Bild, beziehungsweise, dass dort der Stopp, was wir eben eingezeichnet haben, 23.000 nicht von ungefähr kommt. Das 0,5er Fibo, beziehungsweise meine Toleranz dorthin, fängt dort an und zwar ab 23.273. Diese müssen durchstoßen werden und zwar deutlich, damit wir hier irgendwas anfangen können. Der erste Stopp wird knapp unter 22.000 sein, also 22.000 ist das Ziel, denn die Range bei mir fängt an bei 21.804 bis 22.047. So, werfen wir den ersten Indikator in die Runde und wir holen den RSI, den Standard-RSI. Wir könnten jetzt auch noch schauen, schau dir gerne mal das Market Cap an, das lasse ich nämlich einfach mal weg. Das ist nämlich zusammen hier mit diesem Pump auch gestiegen, also auch da sind wir abgesetzt. Lasse ich nur einfach jetzt der Zeit wegen einfach mal mit draußen als solches, was sich jetzt abgespielt hat in der Zwischenzeit oder ausgespielt hat schon. Du siehst hier Lower Lows, die jetzt hier gezeichnet wurden in der jüngsten Vergangenheit, aber also hier im Chart der Indikator hier unten der RSI spricht andere Bände, der sagt hier Higher Lows, also Bullish Divergenz, die hier gestützt wurde, wie gesagt durch frischem Geld. Das ist keine Umschichtung oder sonst irgendwas, beziehungsweise nicht aus Stablecoins oder eben aus Altcoin-Verkäufen etc. pp. Wir erinnern uns, jetzt ist zum Beispiel Dogecoin, beziehungsweise, also Dogecoin ist in der Presse durch Elon Musk und Pyramidensystem und so weiter, Larifari. Also, so, hat sich also ausgespielt, diese Bullish Divergenz Support wird hier einmal gesucht bei 20.459, wie wir es hier haben, bis, kann man sich leicht merken, bis hier 22.000, was wir hier haben. So, was wir als Setup brauchen, ist tatsächlich hier einfach mal die erste Bestätigung, denn wie gesagt, die Bullish Divergenz hat sich jetzt meines Erachtens hier erstmal ausgesucht. Und Roundabout, das ist das, was wir jetzt hier brauchen, oder wichtig ist, die Kerze sollte einfach schlichtweg hier oben schließen, beziehungsweise, wahrscheinlich, hier beim High, wir nehmen den Candlestick hier oben, nicht den Körper, also sind wir jetzt korrigiert auf 20.537 im Daily Close, damit es weiter hoch geht. Gut, als solches wird es höchstwahrscheinlich weiter hochgehen, wenn wir hier weiter Pump bekommen, ansonsten werden die Bären hier spätestens, wie gesagt, bei Roundabout 22.000 bis 23.000 abverkaufen. Das Ziel immer noch haben wir im Blick. Wir werfen jetzt trotzdem nochmal zum Schluss Moving Average und der stochastische RSI, die sind nämlich momentan relativ interessant, was wir hier haben. Wir gehen vom Kleinen ins Große mal wieder und hier siehst du, dass er zaghaft, also der stochastische RSI zaghaft überkauft ist, beziehungsweise dabei ist, ins Überkaufte zu gehen, aber hier bärisch krosst. Support muss halten, schwächelt aber, du siehst hier nochmal relativ groß, dass hier der Kurs wohl durch die Korrektur jetzt auch wunderbar passt. So, 2 Stunden, zieht nach unten, nochmal 1 Stunden Chart, bärischer Kross steht bevor er meckt, die hier leicht überkauft könnte also und ist hier noch in der Abwerksbewegung, kommt ja aus dem überkaufen Bereich. 2 Stunden Chart sieht auch recht dürftig aus, der MACD hier schwächelt auch schon im 4 Stunden Chart, ist hier in der Plateauphase also auch deutlich im überkauften Bereich. Nur der Daily ist hier unten und möchte pumpen. Alles spricht tatsächlich für einen kleineren Dump, vielleicht nochmal einen Aufkauf und nochmal, also Aufkauf dann höchstwahrscheinlich oder hoffentlich auf dem Niveau, sprich 20.400. Ein bisschen verwirrend, weil Rot, aber machen wir jetzt auch wieder weg, solltet ihr passen, aber wie gesagt, das Daily sollte einfach über dem liegen, über den Schlusskurs liegen, der letzten Kerze im Daily und wie gesagt hier über 20.573, damit es weiter hoch geht. Also positiv erstmal hier die Chance, ich würde davon Abstand nehmen, jetzt schon wieder, was ich auch schon gesehen habe, tatsächlich viele reden schon vom neuen All-Time-High und den nächsten 70.000. Nee, weekly ist hier ziemlich am Boden, der monthly ebenfalls und übergeordnet sieht es halt auch nicht besser aus. Du siehst jetzt hier, make it or lose it haben wir jetzt hier und nochmal im Großen das FIBO-Level bei roundabout 12.000, was aber jeder erwartet, haben wir nochmal einen sehr, sehr starken Support, der angegangen werden könnte. Und wir hatten in der letzten Analyse auch nochmal das Bild eines Dead Cat Bounds gezeichnet, also 50-60% Anstieg in der Summe könnte noch sein, hier im kleineren, bis es weiter runter geht. Also, um es ganz einfach zu machen, damit wir morgen ein Bild haben, mit dem wir starten können, machen wir uns einfach mal hier die 26.700 rein, was over the top ist, das wäre tatsächlich eine Red Zone über 25 bis dorthin, lassen wir aber mit drin. Denn, so, zack, machen wir nochmal größer und damit hören wir dann auch gleich auf. Wenn du Chart-Pattern magst, auch hier nochmal der Hinweis, dass es sich hier vielleicht um ein Reverse Head & Shoulders handeln könnte. Hier nochmal der Disclaimer. So ziemlich jede dieser Formationen, die wir jetzt in diesem Jahr hatten, ist spätestens an der Neckline Röms nach unten gemacht. Also, hier Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Deswegen auch in meinem Video, was ich dir jetzt gezeigt habe, eigentlich keine Rede davon, sondern nur das, was du jetzt aktuell hier nochmal zum Schluss siehst. Und, der Support muss halten, wird jetzt hier wahrscheinlich nochmal angegangen. Wenn du das siehst, das Video, ist ja ein bisschen Zeit vergangen, wirst du schon ein aktuelleres Chartbild haben. Machen wir mal crazy. Wir gucken mal, wer sich traut zu antworten und wer das Video bis zum Ende geguckt hat. Jahres Endrallye. Ich weiß, riesengroßes Thema. Ich bin noch nicht davon überzeugt, sondern weit, weit davon entfernt. Aber, alle Möglichkeiten, die wir hier machen, schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, Bitcoin Ende des Jahres über 20.000 oder unten drunter. Machen wir es mal klein. Also, über 20.000 oder drunter Ende des Jahres, also am 01.01. um 0 Uhr, sprich kurz nach Mitternacht, wenn die Korken fliegen, welchen Preis wird Bitcoin haben. Unter 20.000 oder über 20.000. Also, bis morgen. Macht's gut.